Musik So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Minivideo Und zwar geht es um die Sims 3 Wir haben ja jetzt schon einige Aufnahmesessions hinter uns Und die nächste Zeit ist bei mir nicht vorhersehbar was kommt Deswegen möchte ich jetzt erstmal die Sims pausieren Für, ich sag jetzt mal etwa 2 Wochen Und das Let's Play wird danach wieder normal weitergeführt Da werde ich dann im Let's Play nur sagen Ja, als letztes haben die Sims dessen das gemacht Aber die Sims werden jetzt erstmal pausiert Und ihr dürft trotzdem, also ihr solltet trotzdem da bleiben Denn es kommen viele weitere spannende Videos Weil ich hab auch noch welche auf Platte Die eigentlich schon anlaufen sollten Oder jetzt dann anlaufen werden Und auch ein paar kleine Specials Und sowas möchte ich alles gerne raushauen Und da das alles dabei ist Und meine Internetleitung so sich auf die 3000er, 4000er beschränkt Ist es deswegen immer ein bisschen schwierig Da muss ich immer schauen, ja wie koordiniere ich das jetzt Und deswegen habe ich mir hier jetzt gesagt Habe ich den Entschluss gefasst Ich pausiere jetzt erstmal die Sims 3 Werd so circa 2 Wochen die Sims 3 pausieren Und werde danach mit die Sims 3 weitermachen Ihr werdet dann über Google+, über Twitter, über, was haben wir mittlerweile Über unsere Webseite, über YouTube Und dann werdet ihr es erfahren Ihr werdet auch erfahren, wann wir eine Facebook-Seite machen Das ist aber alles, ja, ihr kennt das ja Auf jeden Fall, ihr solltet es irgendwie mitbekommen Wenn die Sims 3 weitergeht Das werde ich nämlich gesondert nochmal schreiben Wenn es weitergeht Weil ich jetzt noch nicht mit Gewässheit sagen kann Okay, in Punkt 2 Wochen setze ich Sims 3 fort Ich werde schauen, wie es klappt Und es könnte auch sein, dass es früher weitergeht Könnte sein, dass es ein bisschen später weitergeht Je nach Lust, Laune und zeitlichen Gründen Das sind eben die Faktoren Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß auf unserem Channel Und schaut doch mal noch bei den anderen Schaut doch mal unsere anderen Videos an Und sage damit Tschau